mal gucken ob ich danach noch bock habe zu spielen die haben auf jeden fall nicht so viele punkte 177 140 level da los hin hat 8000 und dann ja auch viele punkte ja vielleicht können das was er ja mal gucken er ist auch wieder so ein late game chip eindeutig nicht udi ok nein er ist es nicht ja mal gucken wir das jetzt wird gegen ich bin dafür danach machen wir zum entspannen und dem auf den bürger zurückzukommen was war jetzt drauf 1 990 die maghreb soße ja es wie er zum bürger das menü gewesen soll jetzt mal bloß nicht so groß aber da war ganz normales fleisch ja jetzt internetseite wo das mache ich mal schnell mc donalds muss unter basics gucken also der große big mac er ist auch echt verdammt groß bürger royale tss bürger basics ich will das nicht so schnell hier ich muss wieder gucken das game los so jetzt starte ich auch wieder mit 28 ap wo fängt er an am red echt jetzt heute sind wir nicht auf der seite gestartet krass das erste mal seit wie 30 jahren oder so ist das ein arpegin alter bitte hat er sich einfach nur verklickt bei der afk oder so wie ist das denn passiert schön hat er gut gemacht ja müssen wir jetzt hier pullen nee los jen komm ran weißt du die die kuh die skaliert gut mit ap deswegen nimmt man das auch meine autotech skaliert gut mit ad ich glaube ich fange auch jetzt mit dorans klingern das wird ja eine lustige bot lane freue mich jetzt schon auch irgendwie ist der eine typ ach nee da ist er hoho nice mann und wie ist das jetzt passiert so keine ahnung aber ich hab auch noch nix ready und der nimmt mich komplett auseinander in der mitte er regt sich so schnell hoch er war weg macht sie alle das ist ja unreal das ist unreal turner da in der mitte in der mitte in der mitte in der mitte in der r juke Ich bin jetzt auf jeden Fall, ich bin jetzt auf jeden Fall, ich bin jetzt auf jeden Fall. ich glaube die xaja muss weggehen ja das weg hier ist auch ein gegner fehlt das ist so ein spaß alter ich weiß nicht was das war er ist einfach in die tower gedeift ja also machen das auch die in der lcs naja ist sehr gut chris da könnten barby kommen pass auf aber ich geh jetzt auch lieber weg irgendwas gesehen ach da sind machst du den fertig er macht mich das ist gar nichts alles klar ich weiß auch nicht warum und es geht weiter oben ich habe leider kein auto attack mehr drauf bekommen es ist jetzt der scheiß ernst ja wer ist aufgabe ach das war's dann wollte ich wieder mit leue ich hab keinen bock mehr ja ich glaube auch das war's jetzt macht er oben weiter oder wie alles wäre da ich habe da alleine höhlen auch immer Ja, ist halt wahr weg, ne? Ja, Wladimir kommt zu euch, ich kann aber nicht helfen. Ich kann ja auch nicht viel machen. Mir werden alle sterben. Teile von der Züge der Züge Ich muss mich nicht so besitzen, lass mich nicht so besitzen. Nö, ich hab ihn nicht so besitzen. Zäh, ich hab ihn nicht so besitzen. Hier ist der Züge der Züge. die antwort ist wahrscheinlich ja weil das ist silber oder einfach auf kage nee da leber richtig was wir das wende bringen man weiß ja nie vielleicht wie das ja noch mit viel glück die junge das ist so ein cancer champion der ist halt so ja endlich der warwick wieder kommt da wieder sowas oh boy ich sehe doch schon kommen dass der warwickler hier runter rennt weil die bokehlen so hart auf den sack bekommt da rennt wahrscheinlich jetzt runter sein ulti gott gefällt sehr gut er ist ein miss das geht ja wieder so ich weiß nicht wie das ist das ist das ist das das ist Ja, tut das jetzt nur... Ja... Ja, gegen Vladimir hat mir keine Chance. Aber wir haben ja auch wieder keinen Jungle mehr, Top. Nee, einmal jetzt Strike wahrscheinlich, ne? 1-6, Alter. Ah, wir hatten einfach Aufwand zu spielen. Aufwand zu spielen. Scheiße, Mann. Das ist aber jedes Mal die gleiche Scheiße. Ja, es ist halt hier die... Mein 1-6-2... Ja, ich meine jetzt kurz vor der Probe. Immer. Immer dasselbe. Ja. Der Probe läuft eigentlich richtig gut. Das ist ärgerlich. Ist auch nicht so schlecht, aber... Wir werden's Late Game kommen. Xyre können wir eigentlich ganz gut rausnehmen. Der Vladimir ist jetzt schon so tanky, ne? Das ist Renecken hier. Ja. 1-6, ey, das verstehe ich halt echt nicht. Wie kann man denn wirklich so kacke sein? Vladimir kann ich nichts machen. Also die Botland ist irgendwie nicht da. Die sind alle hier. Echt alle? Na, ich bin tot. 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 Wir versuchen hier den Botland Tower zu bekommen. Ich weiß auch nicht, wo Uli hier ist. Ich bin tot. 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 Vielleicht gibt's halt weniger abgezogen. Nein, leider nicht. Sollten die aber mal einfügen. Das ist halt echt random, was man so bekommt. So der Solo-Duo-Queue. 15 Minuten zu Render-Duo-Queue. Vielleicht kann mir das nicht mehr geben. Was willst du tun, ey? Das ist ein Problem. Echt jetzt? Ja. Vorsicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, soll ich an Bitter kommen? Ich geb eh nen Fick auf das Spiel. Ne, man. Hält's auf, ey. Ne, Udi macht nichts außer Farben. Der Heer ist halt auch hier. Erstmal Ghost anmachen. Ja, ich wusste. Steht alles voll. Steht alles weg. Ja sicher. Nein Bitch, please. Oh, der Typ ist weg. Wollen wir den machen? Ne, er macht einmal seinen Pool und dann grad sein Item gezündet. Eigentlich würde ich jetzt extra rein tollen. Nur weil du dabei bist, mach ich's nicht. Ja, ist halt echt noch nicht so hart verloren. Also das geht halt echt noch. Hä? Ja jetzt. Was ist das für die Hitbox schon wieder gewesen? Oh, das ist Worry. Ich kann mir den ja einfach mal machen. Guck ein Blatt. Dann bleibt ich mehr, braucht man gar nicht fokussieren. Der heilt sich eh wieder hoch. Das ist mir das Beste, wenn man einfach den Dragon angreift. Oh, da kommt ne Zaya. Ist aber echt nicht so gut. Ist aber echt nicht so gut. Was machen wir hier? Oh, das ist der Baron Dance. Alter. Ja. Das war gut. Ja, Rakan kommt jetzt rausgenommen. Nein, ich mach da. Nice, sehr gut. Um ist halt der Renekton da noch. Ja, scheiße. Macht Drake und dann... Ja, macht irgendwie Drake. Ja, kann ja eh keiner mehr klauen. Ich weiß nicht, dieser Elo kann alles passieren. Nice, wenn wir kurz mal da was machen können. Ja, die Bot Lane. Ja, wieso gibt's noch den Boost noch nicht? Aber erst 20... 20. Minute, ne? Ja. Ich weiße. Was hätt der drin da jetzt ja auch mal sehen können. Ja, der Typ geht auf full AD, ne? TU dir. Na, jetzt geht da ab. W-Wa-Wie? Oh, irgendwie werden die sterben. Ja, du bist auch da. Ich bin immer da. Wenn Kadi ist, bin ich immer da. Jetzt haben wir mal einen Drake bekommen. Den guten vor allem. Ah, ne. Die haben zwei Höllendrachen. Ja, sicher. Ich will jetzt nicht angeben, aber den Fight habe ich auch ein bisschen gecarried eh. Keine Ahnung, ich musste vom Vladimir wegrennen. Ja, ich hab den, den jetzt komplett rausgenommen. Den Rakan. Ja, die sind alle top irgendwie. Mhm. Ja, der macht nicht viel. Schenk dir den Kill, ne? Gott. He. 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 Genau. Der ist auch. Nice. Sind nur noch zwei von denen da. Ja. Und wir können Tor machen. Der ist halt auch. Okay. Wir müssen rausflashen. Schade. Oh, pick ihn rein. Ah, vielleicht schauen wir das noch. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Sag ich mal ganz ehrlich, dass wir das hier noch schaffen. Wagen ab, zeige. Das war das nur. Ja, da. Toplane ist der wieder. Ich hoffe, das macht der Trinder. Macht. Was macht Uli da? Okay, Leute, macht den. Okay, doch nicht. Doch, macht er. Nice. Können wir nicht hier was machen, ne? Mhm. Ja. Trinder macht den nicht. Der ist so gefiedelt. Ja. Aber ich weiß ja nicht, warum er in der 1v1 reingeht, alter. Gute Frage, ja. Oh, der ist gerade rüber gejumpt. Wieso macht der Jhin auf 1v1 gegen den? Cool, dass er stirbt, ey. Oh, Drake. Ja, war ein Ward ganz geil eigentlich. Ja, ich muss den mit lehnen. Tau. Bei dem. Ich hab keine Aufladung mehr. Neu. Und der ist wieder. Ja. Zehn Kills, alter. Komm nicht ran, alter. Warum wartet ihr denn nicht einfach mal auf mich, ey? Ich schwöre. Das ist so traurig, ey. Das machen so Drake. Ja, Drake wieder Free hergegeben. Och, ich kick's kurz, alter. Ja, ich hab ja gemessen, alter. Ja, was macht der da? Ja, Huayba, schnell. Wrapp dich irgendwo ran. Vielleicht über Zwischen. der überlebt wieder weil jemand einen scheiß gemacht hat der jinn stand einfach nur rum und hat eine fähigkeit gemacht ja mal gucken wir das aber heute man hat doch gar durch den wort gesehen dass er da ist ich verstehe ich habe nichts mehr wieso wartet ihr nicht einfach wir müssen einfach mal mit meiner ulti fighten dass ich da einen rauspicken kann helf mir helf mir was soll ich machen kann auch nichts machen hier war noch ein war weg der ulti hatte junger verpiss dich da alter keine ahnung wo der gegangen ist hier sind sie wieder alle jetzt wartet doch mal ein einzigen fight auf mich ja ich gehe jetzt auch weg wir machen sie noch nicht das ist ganz gut hier sind auf jeden fall mal die nächsten höllen daran bekommen was macht jetzt da oben das ist halt wirklich silber vom feinsten hier das ist halt wirklich silber vom feinsten hier das ist schwierig der dründer mehr ist echt richtig dumm ja was willst du erwarten von silber wir können auch einfach mal einen rausnehmen wenn man mal zusammen rumlaufen würde wir haben halt baron ne das warwick ich gehe mal lieber runter ich sehe schon das wird hier wieder ich gehe mal lieber runter ich sehe schon das wird hier wieder hier kommt alle zu euch aber hier interessiert es dann schon gar nicht hier sind echt alle da ist noch wer drinnen ne da ist noch wer drinnen ne ich bin zu low also ich gehe da nicht hin ich bin auch in low aber ich gehe da hin schnell ganz ganz schnell ich gehe da hin ich gehe da hin es geht ich gehe da hin flexors geht's 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 mo alles ist du Der U-Deer hat halt, äh, der U-Deer sag ich schon, der hat halt null Magie-Resistenz. Also wenn ich jetzt nicht abgebrochen werde, ne? Ja, gut. Ja, U-Deer und Trunermeer sind eh einfach, keine Ahnung, was mit dem los ist. Ach, so, Rab oder uns wer ist, hier ist es eigentlich dran, aber das dauert noch zu lange, na egal. Machen die Nash wieder. Jetzt haben wir hier einen Fight, oh, ja. Können wir den zusammen machen? Mal gar nichts machen. Guck, so einfach ist das. Ja, und jetzt guck mal nach oben, so einfach ist das. Okay, krass. Haha. Nice. Wir haben das Late Game, oder so. Oh leih. Oh leih. Umzustellen, das sind alle. Nice. Oh leih. Wo ist Vladimir eigentlich sehr auf K? Der ist tot. Keine Ahnung, Mann. Oh leih. Oh leih. Oh, ist das schön, das ist alles Spiel. Nice. Der kann es nicht jemanden gönnen. Wir dürfen jetzt kein Barrel bekommen, das wäre egal. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Ja, komm. Ähm. Nicht da lang, würde ich sogar sagen. Jetzt ist es schlecht. Ja, meine Ultis nicht mehr drauf bekommen aber auch immer. Warum macht er das zielig früher, der scheiß Uhrensohn? Die sehen mich rollen. 400. Movement Speed. Das ist viel zu stark, anscheinend. Das war knapp, ey. Egal, jetzt fair enough. Ja. Das wäre auch ganz nice. Ich würde hier einen stellen wollen aber... Ich könnte das mal kurz machen. Ach, sehr gut. Warte, die machen den? What the fuck? Hä? Oh, 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 oh. Geht ihr? Ich helfe da von hinten ein bisschen mit. Echt. Lol. Und jetzt erben wir's weg. Okay. Hau kann jetzt ein Ulti raus. Wie ist die Uhr dir jetzt gestorben? Das ist How to Race the Baron ist das. Ja. Das hat niemand gepinkt, um das reingehen, ne? Oh, du lebst, alter. Du hast überlebt. Mein Ulti hat ja sowas von den Feind ge-Carry. Das war einfach fünft mein Knock-Up. Oh. Oh. Oh, jetzt könnt ihr nicht durch pushen, oder? Ich hoffe es. Aber Renekton ist entweder da oder wieder da. Das ist halt jetzt der End-Poss hier. Ach. Alter, so viel wie möglich. Okay, nice. Good job. Haben wir, oder? Ben, die Scheiße jetzt. Das war das schlimmste Spiel seit langem. Yes, alter. Yes, alter. Alter. Oh, ja, ja. Das war wieder so ein Game, wo man niemals... Das war das. Wie oft wolltest du aufgeben? Ich habe kein einziges Mal aufgegeben. Das war die ganze Zeit Rindermeer. Klar. Rindermeer hat die ganze Zeit auf Surrender gedrückt. Ja. Erst bekommen. Finde ich jetzt. Fung. Da kamen so viele Sachen auf einmal. Level 6050. 98 LP. Jawoll. Ah ne, 88. Hä? 88. Was? Ich habe 98, alter. Warum war das denn so wenig? Krass. Ja. Ja, guck mal, das war echt nur der Renekton, der so viel Schaden gemacht hat. Aber alter, was war das denn für ein Spiel? Alter. Alter. Ich weiß es nicht. Wir hatten halt ein bisschen mehr CC, ne? Und die hatten halt überhaupt keine ADC. Guck mal, die Botlane, das war die S-Botlane. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch eins machen soll. Ja, dann lass keins machen. Dann lieber morgen oder so. Bin eher für den Aram oder so. Aram? Ne, dann bin ich raus. Ja, Singe Championsplitter. Corki Championsplitter. Und 90 blaue Sensen, alter. Ist ja wieder wunderbar. Das war scheiße. Auf den Müll damit. So. Ne, bei Aram bin ich glaube ich raus. Geil, ich glaube erst bei der Kiste. Reicht wieder für heute. Winterwunder Soraka, alter. Boah, jetzt kann ich drei Skins kombinieren. Au. Mal gucken, was da rauskommt. Oh, ne Hextech-Truhe. Einen Schlüssel. Und SKT-1-Zyra. Der Skin ist voll nice. Dann kann ich noch ne Kiste eröffnen. Geil, alter. Entspannter Pinguin-Augen-Skin. Und 150 Essenzen. Was ist das? Ja, sehr schön. Da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream. g und dann drehen und dienkulزungen. Das Kardium verwenden Sie nach Berlin.